Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu dem Kurs als Führungskraft erfolgreich in der Pflege. Dieser Kurs setzt sich zusammen aus fünf Modulen, die aufeinander aufbauen. Das erste Modul, Führung, ist für Sie gewidmet. Es ist Ihnen gewidmet, Ihre Ressource. Sie als Führungskraft stehen im Zentrum. Das zweite Modul, fünfte Modul, zu Konflikten. Es kann Konflikte im Team geben. Es kann Konflikte mit einzelnen Mitarbeitern geben. Es kann aber auch Konflikte geben mit Angehörigen, mit Pflegebedürftigen oder Bewohnern. Gestalten Sie den demografischen Wandel. Sie gestalten, was unsere Gesellschaft erlebt, als ein immer mehr Werden von alten Menschen und ein immer mehr Werden von Pflegebedürftigen. Das ist der allgemeine Sinn. Das heißt, Ihre Arbeit hat Sinn für die Patienten, für die Bewohner, für Sie selbst und für Ihr Team und für die ganze Gesellschaft in den Dienstlein eingebunden. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, sehen wir, die machen jetzt beide dasselbe. Und worin unterscheidet sich denn jetzt die Führungskraft von einem Mitarbeiter? Das gucken wir uns jetzt mal an. Und zwar, es sind Ziele. Als Führungskraft geben Sie Ziele vor. Sie organisieren die Zielerreichung und Sie tun das zusammen mit Ihrem Team. Das heißt, Sie binden in die Zielerreichung. Sind es Ihre persönlichen Prioritäten, Ihre Ansprüche und Ihre Bedürfnisse? Denn Führung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, bei der Sie nie vergessen dürfen, dass Sie die Ressourcen haben müssen, um das leisten zu können. Aber lassen Sie uns erst mal im Einzelnen anschauen, wie diese fünf Gravitationsfelder sich im Konkreten auswirken. Und im Schritt drei analysieren Sie den Bedarf. Was brauche ich, um dieses Ziel zu erreichen? Was habe ich schon und was brauche ich noch? Indikatoren für einen optimalen Verbandswechsel, also woran Sie erkennen, dass das Ziel erreicht sind, ist zum Beispiel darum, dass Sie Mitarbeiter stärken als Persönlichkeiten, als Mitarbeiter im Team, als Fachkräfte und dass Sie natürlich die Organisation sicher führen. Im Feld Profession geht es um Instrumente, die Sie benötigen, damit die Arbeitsprozesse gut, effizient und wirtschaftlich laufen. Es geht darum, dass Rollenklarheit herrscht. Wer ist Führungskraft? Wer ist Wundmanager? Wer hat eine andere Aufgabe? Ihr Anteil an der Motivation oder der Demotivation Ihrer Mitarbeiter? Hat das eventuell auch ein bisschen etwas mit Ihnen zu tun? Mitarbeiter einfach immer auf natürlichいい life. Euer Vater von Tom hat sich unbedingt mit Ihnen verleten mögen, boyfriend auf TOMORON Potato bezüßerивал Sie hat eine andere jars Heathzeit das